Es wäre lustig, wenn wieder der Kleine dabei wäre. Hehe, Cottbus. Ja, vielleicht kommt er ja. Mal schauen. Obwohl ihm die Uhrzeit. Da wird er wohl schon im Bett sein. Aber sein Vater vielleicht. Mal gucken. Ja. Der war richtig gut, ne? Ja, aber irgendwie war es noch cool, mit dem Kleinen zu zocken. Er hatte seinen Freitag gehabt zu haben. Mhm. Ja, der war auch nicht schlecht. Der hat das richtig gut hingekriegt. Ich war zwar andauernd tot, aber naja. Ja, gut. Wie das halt so ist, ne? Wie das halt so ist. Aber ich frag mich, warum, äh... ...Starfield jetzt nicht ging. Grafikkarte überlastet oder was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, es müsste eigentlich ja nicht, wenn du eine 40er-Serie Grafikkarte drin hast. Ja, eben. Und das Ding läuft ja mit allen Extras drin. Also, mit auf Ultra. Mit unzähligen Bildern pro Sekunde. Also, es ist gar keine Auslastung. Aber ja, dann hat OBS halt noch, äh, drei verschiedene Auflösungen, mit denen er zu kämpfen hat. Ich denke, dass das vielleicht, äh, das Problem ist. Zu viele unterschiedliche Kodex und, ähm, Auflösungen. Oh, ja, mal schauen. Mal schauen. So. Auf geht's. Mit dem Moped komm ich mir vor wie ein Ghost Rider. Hey, Ghost Rider in the Sky. Na, komm, fliegen wir hier durchs Dach. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ha. Durch die Decke geglitscht. Ah, jetzt habe ich auch diese Icarus-Flügel. Kann ich hier auch mal testen. Und ich habe jetzt das Zeus-Dingens. Das Zeus-Dingens? Ja, den Zeus-Blitz. Ah. Cool. Hier sind noch mal Flügel. Ja, jetzt bin ich auch beflügelt. Oh, jetzt hast du mir die einzige Waffe weggenommen, die da war. Gaune. Ah, da hinten ist noch eine. Ja, hab sie wieder gedroppt. Na, alles gut, alles gut. Hier liegen noch mehr. Na? Hey, hab schon eine erledigt. Oh, Kapsule. Oh, das brauche ich auch. Ah, scheiße. Ja, scheiße. Bin in den Augen. Oh. Der andere auch. Warte, warte, bleib stehen. Ich hole dich. Boah, der war gerade am Healen, den anderen. Ah, nee. Boah, das war knapp. Glück gehabt. Okay. Oh. Was ist da? Eine Sprechblas. Achso, das ist ein Bot, ne? Ja, ja, ist ein Bot. Erzähl, du, etwas zum Hirn. Oh, Shield. Oder? Nee, ist eine Granate. Was, das ist nicht Shield. Shield-Captain mit was anderem. Ja. Hehehe. So. Na, doch, getroffen. Noch mal getroffen. Also, ich hab, ja, ich hab wieder getroffen. Ja. Kaputt machen. Stirb. Na, jetzt. Tot. Und da ist noch jemand? Ich hab ihm den Gnadenschuss gegeben. Hm. Guck mal, da unten links sind noch zwei. Warum treff ich den nicht? Jetzt. Beide. Geil. Also, weil ich den einen abgeschossen hab. Ja, und nicht dann gleichzeitig den anderen. Sehr gut. Oh, hier ist Muni. Bis jetzt hab ich noch kein, äh, Matkit gefunden. Ah, ich hab. Brauchst du? Ja, du brauchst. Wie kann ich dir denn... ...so was hinschmeißen? Nehmen und dann, äh, so rausschmeißen. Ja. Achso, mit... ...mitschießen? Inventar öffnen. Nee, Inventar öffnen und dann das anpacken und dann rausziehen. Man kann das Inventar öffnen. Oh ja. Mit Tab. Oh ja. Cool. Na, dann nehme ich mal Schild. Nice. Der Rest kann ich nicht mehr brauchen, weil ich schon über 75% bin. Ja. So, okay. Was liegt da denn? Hier werden auch Zeus, den man, äh, strecken könnte. Hm, hm. So. Lülülü. Na, ich komm mal hoch zu dir. Gucken, was hier so abgeht. Hier ist grad niemand. Ja, aber das ist eine Munition-Box. Hau rein. Zeus herausfordern? Ja. Ist das gut? Keine Ahnung. Ich drück mal. Oh. Hehehe. Oh, oh. 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 Scheiße, bin down. Oh. Ja. Oh. Fuck. Ich auch gleich. Versuch mal auf die Seite zu kommen. In, in Deckung. Versuch ich ja. Ja. Okay. Oh, fuck. Oh, nein. Scheibenkleister. Wir hätten es fast geschafft. Hm. Verdammt. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Genau. Ei, 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 ei. Jetzt haben wir so schöne Sachen eingesammelt und alles ist weg. Ei, ei, ei. Ja. So ein Pech. Der Typ ist sowas von OP. Hehehe. Am Samstaggarten hatte ich ja, äh, Dingens gezeigt, äh, Dark Pictures, äh, House of Ashes. Ja. Und am Sonntag hatte ich, äh, das fertig gezeigt. Ah, okay. War bestimmt auch wieder geil, ne? Oder ich, ich weiß gar nicht. House of Ashes, hab ich, also ich hab ein paar Teile davon gespielt, aber nicht alle. Das ist der dritte Teil von allem. Der dritte. Der dritte. Ist das das, wo die, äh, mit dem Schulbus da auf der Straße liegen bleiben? Nee, das ist der zweite. Ah. Der erste ist das mit dem, äh, mit dem Schiff? Wo sie da, ja genau, und der zweite Teil ist das mit dem Schulbus, der dritte Teil ist da mit den Irakern und der vierte Teil ist dann mit dem Psycho-Killer. Ja, 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 doch. Dann hab ich die doch alle gezockt. So, mal gucken, ob wir wieder schöne Waffen finden. Der vierte Teil hab ich nicht fertig gemacht, weil, äh, das hat mich sowas von aufgeregt. He, 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 he. Ich hab, äh, alle gekauft und hab dabei, wie viel, 40 Franken gespart. Ja, dieses Komplett-Set da, ne? Bei Instant Gaming. Ja. Ich hab's nicht im Komplett-Set gekauft, sondern einzeln, also einzeln im Dings und, äh, einfach zusammen. Ja, okay. Äh, das, äh, das mit dem meisten Prozent war irgendwie 64 Prozent runter, das zweite auch etwas mit 60 und das eine 55 und das tiefste irgendwie 50 Prozent. Oh, okay. Kann man nicht meckern. Ja. Hab ne Sniper. Ja, geil. Hab ich auch grad gesucht. Klappt ganz gut mit dem Sniper. Eben hier wechseln. Hatte zwei Schrotflinten, brauch ich nicht. Was liegt denn da? Saufpack, was auch immer das ist. Bei mir gäbe es noch so einen, äh, äh, Schild, äh, Auflieger. Das klingt gut. Da komm ich mal gleich zu dir. Alter, wieso treff ich nicht? Mhm. Oh. Das sind wieder die Icarus-Flügel. Nehmen wir natürlich mit. Was ist das? Ah. Mal eine Knarre. Ach, guck mal, ich hab auch... Zack. Scheiße, bin down. Oh, ich komme. Bin tot. Oh, Cottbus. Ach, was. Cottbus ist immer. Sehr geil. Hallo. Kannst du mal kommen? Und die Kopfhörer anmachen. Oh, erwischt, erwischt. Genie, ganz schnell zur Lobby zurück. Mit Cottbus auch mitmachen kann. Ja. Den muss ich auch, ähm, muten. Apfel vielleicht. Äh, äh. Mal einfordern. Überspringen, 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 überspringen. So. Cottbus, nicht böse sein. Ich muss dich muten. Okay. Stumm schalten. Wieso das denn? Das sag ich dir nicht im Stream. Das sag ich dir offline. Alles gut. Beziehungsweise, ich kann das ja schreiben. Kein Problem. So, jetzt lade ich dich noch ein, Cottbus. Oder, ne, du bist ja drin. Oh ja, perfekt. Bist du, wollte gerade sagen, wieso einladen? Er ist ja schon drin. Konntet ihr einfach joinen? Ja, ja, er ist gejoined, als wir noch im Fight waren. Ja, okay. Sollte vielleicht auch noch bereit klicken. Ja, das wäre von Vorteil. Ich habe dir mal auf Discord was geschrieben. Ja, ja, habe es gesehen. Okay. Habe es gesehen. Also, Vorsicht. So, gucken wir mal. Noch mal in die Flasche gucken, wie spät das ist. Ah, ja. So, wieder Fußball-Match Süda-Brau-Rub. Ganz genau. Habe ich geliebt als Kind. Als Kind. Als Kind auch. Vor allem mit Mehrzahl, was? Ja. Ich habe auch die ganzen Comics immer gelesen, noch bevor die Filme rauskamen. Total geil. Fand ich so gut. Ja. Ja. Was, ob ich deinen Papa kenne? Ach, den anderen. Ja, den kennst du nicht. Seinen Papa. Gut, mit dem haben wir gestern Abend noch gespielt. Den kenne nur ich. Passiert ja nichts. Du hast dich beim Busfahrer bedankt. Wie hast du das hingemacht? Äh, Taste wie? B? B wie bedanken. So einfach ist es manchmal, ne? Ach, das ist ja wieder unsere Stadt. Geil. Dann gleich mal in die Autowerkstatt, die Waffen looten. Und dann ab in den Keller. Wo der Tresor ist, der End, also der Bossfighter und dann der... Der Bossfighter gibt es ja nicht. Nee? Nee. Wieso das? Der war doch immer. Ja, bei der vorherigen Season, aber bei der jetzigen Season geht das nicht mehr. Ach so. Für das gibt es ja die anderen Bosse. Okay, verstehe. Ich hab mal, äh, uns, äh, einen Bot dazu geholt. Jo, klingt gut. Zu viert. Mhm. Zu viert ist immer gut. So. Da war einer vor mir da und hat schon die Waffen geholt. Bin down. Oh. Das ging aber schnell. Ihr seid beide down. Okay. Ich guck mal, dass ich... ...irgendwie zu euch komm. Wollte, äh, Schraubbus helfen, aber bin, äh, down gemacht worden. Ja. Ach so, ich muss da rein, ne? Oh, fuck. Schnell, 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 schnell. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. wo ist meine waffe warum ist meine waffe weg verdammt auch da und scheiße ich habe auch so sehr meine waffe weggeschmissen ja eins nach dem anderen bei kopfbus wird es knapp zusammen gibt es auch cool was brauche ich noch irgendwas vernünftiges das sieht doch ganz gut aus ok das schild was für ein bällchen schild also nicht ich jetzt bräuchte ich noch ein bisschen medizin und munizieren so kurz gucken hier überblick finden also mich schon strenger nicht irgendwo medizin bitte munizieren die scheppert die scheppert ok die scheppert noch mehr hier ist medizin perfekt gibt es die gab es nichts interessantes nein gab es nicht auch hier ist noch mal verband schmeißen wir doch die raus hauptsache wir mal verband ok so so war schon im keller ja ahja ok waren wir schon aber ich glaube nichts interessantes ok 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 Good, good, good. Oh. Cottbus hat die G-Klasse. Jawohl. Ich habe eine Karre gefunden. Ah, wir stehen hinter der Mauer in der G-Klasse. Buggy. Der Rocket League Buggy. Ah. Oh, ich höre Schüsse. Irgendwo höre ich Schüsse. So, Achtung, tanke. Auf Abstand hier. Na, jetzt sieht okay aus. Ah, geblendert. Tanke ist geblendert. Achtung. Ja. Ah. Ich dachte, der Cottbus will, dass ich einsteige. Ah. Ah, geblendert. Ah. 스� going. Ah. Ah. die namen mit so wie die sniper liegen das nicht idiot vor derzeit jetzt hatte ich fast michel der pumpkin ist nicht schlecht ja bin ich auch ganz zufrieden mit da drüben ist action irgendwo da na ja stopp 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 an diesem bot so ist es auch da grüß dich erledigt wie du fühlst dich ausgeschlossen was die benachrichtigung ja aber komm komm da ist eine sniper hat mich hier den arsch getroffen und vorne hören auf dem baum da oben die sau ist aufpassen ja den tod ich gehe gerade richtung kottbus mal gucken hinter dir verdammt mich auch erwischt ok dann gehe ich mal auf toilette macht eigentlich zeus auch mit wir können ja nicht in ihr runter starten wenn michel nicht da ist ich weiß also muss ich mich ausgeschlossen fühlen ich gehe mal was zu schlucken ja 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 Die sind auf Toilette, ich geh mir schnell was zu trinken holen. So, bin wieder da, irgendwas ungewöhnliches passiert, Maverick schon wieder raus geflogen oder was? Die GTA 5 Story durch, wen hast du getötet? So, jetzt bin ich auch da. Ah, du bist auch da. Guck an. Die GTA 5 Story hast du durch. Sehr geil. Wen hast du getötet? Kacke, Devin. Also, kein Vorbein. Ja, ich Idiot. Und hab, wie heißt der noch, der Verrückte? Trevor? Ja, genau, Trevor. Hab ich getötet, ich Idiot. Egal, wann ich jetzt reingehe, wie ich reingehe, der ist einfach nicht mehr da. So ärgerlich. Ja, Story Neustarten hilft. Ja, ja, klar. Aber da hab ich gar keinen Bock drauf. Wir haben schon bereit gedrückt, Todbus. Weil ich's kann. Hm. Also, wenn man schon viel Geld ausgegeben hat, dann kann man damit auch flexen. Hehehe. Ich bin OG, ich darf das. Äh. Da sind wir wieder, die fantastischen vier. Meine Spitzhacke ist verstackt. Hm. Die fanatischen vier. Ja. Magie. Die fanatischen vier. Magie. Genau. Cool. Trampolin. Das ist ja auch geil. Hui. Und nochmal. Weil wir's können. Hui. Oh, hast mich fast getroffen. So. Ja. Auf jetzt mit Getöse. Ohne Peter. Von hinten in die... Der ist schon lange nicht mehr da. Peter? Zeuswerter und ich sind das schräge Duo. Ja. Der ist nicht mehr da, er ist abgehauen. Springen wir wieder alle in verschiedene Richtungen? Okay, wir treffen uns in der Mitte. Nee, der ist nicht wohl. Ich bin TNT, ja. TNT, ne? Deine, Maid. TNT. Der von gestern. Zeus. So. Zeus war härter. Härter? Ja. Härter BSC? Nein, also wenn denn schon Hansa Rostock, weil ich von hier oben bin. Hm. Hans A. Rostock. Auch ein cooler. Cooles Pseudonym. Hans A. Rostock. Ja, mir auch. Benutze ich aber nicht. Hm. 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 Nee. Oh, er hat wieder die gute Sniper. Er ist Milch holen. Milch macht müde Männer munter. Ja, ich hab nur Sniper. Da können wir ja um die Wette Sniper. Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt wieder beschlügelt. Hm. Du bist ganz schön abgehoben. Hä, 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 hä. Ach, Chantal. Heulizer. Ah, da ist Töner. Ne. Immerhin habe ich jetzt einen Sniper, das macht mich glücklich. Da ist einer rumgerannt. Er hat sich unterwegs. Was, Peter Pettigrew? Oder welcher Peter? Peter Parker. Nee, das war... Das war... Das war tatsächlich der... Family Guy Peter. Oder Peter von Froster. Warum nicht gleich Mark Forster? Ja. Da ist er. Der, der, Marek. Warum lacht ihr euch eigentlich? Okay, Wintour. Äh, ich wollte... Äh, ich wollte Rache für Kappels. Wo seid ihr denn hin, Alter? Ich fahre jetzt schon eine ganze Weile mit dem Auto. Da... Das hätte ins Auge gehen können. Geh mal die Karte holen, ich gehe mal finishen. Finishen. My kill, my existence. Das Bier kickt noch rein. Bier, 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 Bier. Ich bin noch leicht aloralisiert. Immer noch. Nee, ich hab zwei Bier getrunken. Zwei Bier? Ein... Einmal ein Desperados. 650 Milliliter. Und nochmal ein Tusky 500 Milliliter. Also mit anderen Worten, Frühstück. Danke, Cottbus. Danke, Cottbus. Einer muss sich ja holen. Ich weiß. Wow. Oh, geil. Aber kommst du nicht aus, Cottbus. Weißt du ja nicht. Vielleicht ja doch. Koppel, Cottbus. Cottbus, ich komme. Soll ich mich leicht verletzt? Sollten wir auch vielleicht mal Richtung Zone. Nur mal so. Ja. Könnten wir mal so langsam tun. Wir müssen... Wir müssen diesen Ort evakuieren. Ah ja, warte. Ich hab ja die Dinger. Jeet. Ich hab Jeet-Granaten. Jeet. Jeet. Ach, die alten Namen vergisst man nie. Hm. Schon die Augen offen halten. Nicht, dass sich einer versteckt. Pömpelgranaten. Ja, die Pömpel... Ich hab auch... Ich hab auch... Für einen hab ich Platz. ...Pömpelgranaten. Hm. Pömpel... Also, dass ich ne Granate... Also, dass ich ne Granate bin, weiß ich. Ein Granatapfel vielleicht. Ich hab schon mal vor. Oh, hier vorne... Hier vorne wird geschossen. Dann schießt du halt. Ja, hier in der Nähe. Wenn ich wüsste, Bo. Hast du nicht den Visualisierungs-Hack drin? Ja, hier zeig mir ja nur an, wo geschossen wird, aber nicht genau, wo die Gegner sind. Achso. Zeig dir nur die Richtung an. Ja, wo geschossen wird. Ja. Da rennt einer. So. Ich steck euch den Rücken. Hab einen. Ich seh keinen. Ich hör was. Ah, da hinten. Drei Stück sind hier. Ja, passiert, ne? Goldgrube. Das müssen wir nur noch treffen. Deswegen bin ich ja schon unterwegs. Ja, ich hab so Maschinen gewählten. Mit Pömpel-Artrillerie. Äh, ich hier. Jawoll. Aber ein. Ich hab den Distanzschuss geschafft. Yeah. Mhm. Danke, Cottbus. Ein Hoch auf den Distanzschuss. From a distance. Ich brauche Verstärkung hierhin. Und man nannte ihn. Mücke? Und man nannte ihn den Snipergott. Hehehe. Ja, heute sitzt das Sniper eben nicht so. Oh. Könnte vielleicht aber auch daran liegen, dass ich kaum eingespielt bin. Tja. Das kommt noch. Ähm, drei Kills mit Sniper. Ich wiederhole, mein Aim sitzt doch. Hehehe. Zufallstreffer. Hehehe. Glück, äh, Anfängerglück. Wir haben früher immer gesagt, Gott ist mit den Doofen. Hehehe. Aber das sagt man ja, wir werden Schadenfreude. Und ich glaube, wir sind mit den ganz Bekloppen. Ja. Wir sind die Doofen. Ja, manchmal kann das genau. Manchmal. Hehehe. Ich bräuchte Sniper-Munition. Oh. Sniper. Ich hab welches. Ich hab welches. Komm her. Du sammelst aber. Danke. Aber irgendwo wird noch Geschirrsen gehen. Ja, da hinten. Oh, fuck. Ich muss ja mal eben weg. Sonst bin ich tot. Ich hab ihn gehedgehortet. Sobald ich einen Stein im Schuh hab, bin ich tot. Hab ihn. Sehr gut. Ich fülle auf. Also wer will. Ihr. Ja, ich hab. Hoppala. Ja. So, was nimmt man dann noch mit? Ja, ich hab schon eins, also brauch ich kein zweites. Wir sollten mal wieder Richtung Zone. Ich hab nur zwei Schuss, ist nicht viel. Und das neulich war. Nicht so viel bummeln da hinten. Oh, ich guck mich hier ein bisschen rum. Ja, Daddy. Oh, hier ist ne epische Kiste. Ah, das steckt. Ja, ist da eh meine. Ach, ist nur ne Schrottflinte. Das ist ne Schrottflinze. Ja, ich wollt's grad sagen. Eine Schrott. Stimmt, Toffel. Was will man sich bei Fortnite groß warm spielen? Einfach drauf. Ich brauch grad keiner. Ich brauch grad keiner. Oh. Hab ihn. Maverick fährt wieder spazieren? Ja. Bin zu faul zum Laufen. Da hinten sind welche. Da. Die renn' gerade rum. Musstest du das Jumphead kaputt fahren hierhin? Leise. Ah, keine Munition mehr. Ausgesnipert. Ja, deswegen bin ich auch hier das Sniper Elite hier. Und ich hab die meisten Kills. Ich hab sie hochgejagt. Ja, hab's gehört. Rieses explodiert. Sie sind weg. Da fährt ein neues Auto. Oh, ein ne goldenen Sniper. Ja. Oh, darf ich die haben? Achtung, Zona. Von weg. Carl Cobra hab ich eliminiert. Mein Sturmgewehr hat sogar... ...Wärmebild. Ja, mein auch. Ich hab einen aus der Luft gesniped, da kannt. Hä? Hat er sich unsichtbar gemacht oder weggebeamt? Oder hinkommen welche? Einen? Genau da. Da oben sind auch welche? Äh, sind gerade hochgerannt. Aber ein gehittet? Gut, gut. Oh, oh. Noch ein gehittet? Da ist noch einer da oben. Ich hab sogar den gehittet, der dich erwischt hat. Oh, sehr geil. Das war die Rache. Aber ich hab Peter hier. Ja, aber auf die... Bin down. Ja. Aber auf die Insel gehen wir, äh, nicht. Nee. Aber ein gehittet. Danke. Auf den Sauer. Oh, what? Irgendwo da hilft einer, ne? Ah, die man teal. Nö. Ja, ich hab einen Biggie, aber den brauch ich grad selbst. Biggie, 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 can't you see? Oh, hier. Oh. Der macht's. Also ein Auto können wir jetzt nicht so drauf. Ja, schleudert die mal hoch. Alter. Jawohl, ich hab ihn. Sehr gut. Da war noch einer da hinten. Der ist jetzt versteckt. Boah, wenn ich Sniper-Munition hätte, ne? Ja, wir sollten mal außer Reichweite... Ja, irgendwie stehen wir hier falsch. Die sind ja auch auf der Insel. Back to the Island. Ich. Hier hinter dir. Ich bin hier beim Auto. Ich saufe gerade. Ja. Schnell. Okay, bin schon wieder daung geschossen. Bin schon wieder daung geschossen. Okay, bin tot. Boah. Wir müssen hier weg. Der ist gut. Der ist gut. Boah, alter. Der hat mir genau zwischen die Augen geschossen. Ja, lass dich töten, dann kann ich deine Karte mitnehmen. Ja, klingt nach dem Plan. So, tot. Sammle die Karte schnell auf. Cottbus hat sie, sehr gut. Weil ich geb jetzt Gummi. Die haben mich zwar ein bisschen erwischt, aber... Akt auf. Ja. Die haben das Auto erwischt. Das ist... Wir beide. Geht schneller. Ich komme her. Da komme ich. Ja, toll. Oh, hier ist man. Hier. Und tot. Ja. Ja, und jetzt kam die Möbeln auch auf mich. Toll. Rocket hat mich getötet. Ich brauche ein Glücksskin, sonst wird das nix. Bis Zeit überhaupt. Schon längst tot. Und deswegen habe ich verlassen. Hm. Ach, wo? Ich habe mich gerade für die Welt heute gestartet. Ehe. Oh. Das war fies, Cottbus. Haben sich von hinten erwischt. Von hinten ist fies. Ja. Okay. Bin auch tot. Hm. Aber immerhin Level 48. Mir fehlen nur ein paar... Da hast du recht, Poppel. Da hast du recht. Aber was soll ich sagen. Musst du schneller sein. Ich habe dir eine Einladung geschickt gehabt. wieder Hip-Hop Chill doch mal, Mensch. Immer mit der Ruhe. Da ist Zeit, ist Geld. ja bei dir ist zeit ist geld aber ich habe ich verdiene geld durchs arbeiten ich bin eine goldene katze voll goldene katze eine muschi ich bin aber so das wahrscheinlich nur cola angela könne ich mich töten ich stehe was geht der bier einfach bübs das sieht doch cool aus goldene kitty ich hab den hier ich hab den hier ich hab gar keine ich hab nur so komische emoticons gedöhnt bei den emotes kannst du das machen ich hab nur so bilder keine bewegungen nein hat er definitiv ich hab keinen zum auswählen auch wenn es stimmt also ich bin alt ich bin ja auch glaube ich der erziehungsberechtigte wie sagt man der älteste halt ich gehe in den knast wenn ihr scheiße baut oh nein lass mich ich hab sogar keine waffe geh weg nein ich hab gesagt geh weg dann geh doch zu netto dann geh doch zu netto ach wie ich die werbung irgendwie damals war alles besser im fernsehen heutzutage ja was soll ich sagen die werbung in den 80ern war geil und 90er soll ich mal richtig falsch soll ich mal was richtig falsch sagen wenn mein stream gespät wird tödlich ich tschüsse jetzt mal rum du tschüsst mal rum da war ich schon ja oder ich spritze mal herum hier ähm du spritzt mal rum dass ich mal das lass ich mal zu dem Raben stehen ja ist auch besser ich hatte den Jesus Saft möge der Saft mit dir sein ja manchmal ist das auch gut so also ich hab ich hab ja von dieser flowerpulle oder wie das ding heißt ich wusste gar nicht dass wir in Texas sind dass Waffen legal sind oh nein das sind wahrscheinlich Texana die es entwickelt haben ich glaube ich muss zu einer amerikanischen Schule hingehen ich brauche XP nee ich will kein Fortnite studieren da ist nix aha ich studiere Panzer Panzer ich begrüße sie nö aber ich kenn mich sehr gut mit Panzern aus das stimmt kann ich bezeugen den such dir eine ebay kleinanzeigen hilft der war jetzt nicht schlecht ebay kleinanzeigen hilft der war nicht schlecht ich kann ja gleich noch die Siegesmelodie schon mal spielen ach da wir verlieren ihn schon wieder ich hab den ja geholt ich erkenn das zu spät dass es einer von uns ist keine gescheiten Waffen hier oder habt ihr die schon alle geklaut da war ich schon nix drinnen das ist ein Bunker wo noch kein Licht brennt so ich setz mich jetzt ans Lagerfeuer und sing das Lagerfeuerlied im Bunker Hammer Pump Gun mit der Pump Gun und dann zur Bank dann hier kannst du deine Spitzhacke wechseln wir sind am Kurt Bus singt wir sind am Lagerfeuer jetzt habe ich Lagerfeuer woran erkenne ich denn welche Waffe besser ist also Farben klar aber welche Farbe ist besser grün oder blau 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 oh hier ich kann Gitarre spielen ich auch das ist doch langweilig darauf erstmal eine Mittagspause hier das höre ich leider nicht bei mir kam eine Meldung lizenzierte Musik ja das ist aber die ich kann Breakdance Brechtanz das konnte ich früher am Wochenende mal ganz gut den Brechtanz was könnte man noch einsammeln Peter ist weg ich bin Franzose warte ich gehe in den Busch Busch in den Busch hey der arme Busch will er Herrn Busch oder wie was Wilhelm oder George W Busch Busch Crafter warum nicht gleich Osama Bin Laden weil er nicht Buscher ist also zumindest nicht offiziell was ist mit Bin Laden was ist mit Bin Laden er ist weg er ist von der Bildfläche verschwunden man weiß wo der lebt Argentinien oder so man sagte Osama er ist Laden Osama also ich kenne also ich kenne sein Bruder Akkuladen und ich kenne seine alte Firma Saftladen was für Säfte gab es denn da beschissene ja das ist mein tiefster Wunsch also blau ist besser als grün sagt ihr ja ok weil es nicht bauen ist oh irgendjemand schießt doch mich ist es auch am besten so hier ist jemand der rimmelt boah das habe ich nur Querschläge abgekriegt oder gehört ich komme einfach mal zu euch gucken was ihr so treibt und ich brauche eine Sniper und eine F4 Phantom ja so eine Sniper hätte ich auch Bock ja da können wir nicht öffnen wir haben keine Garte ja weil ich sie habe ja öffnet mal die Zone kommt raus da da hinten ist jemand ist mein Kill ja die Goldkatze macht alles Goldkatze aber ich kann sogar flexen warte oh hier jawoll zeig mir alles Arnold zeig mir was du kannst was hat er denn in der Hand warte hier ein Schild bloß weg von hier so dein Geländewagen oh ich nehme meinen Octane Gott böse steig ein ich fahr zum Bunker ich bin im Bunker im Bunker im Bunker brennt noch Licht aber nur wenn die Tür offen ist oder wie im Kühlschrank ja da mal reingucken na komm wir fahren mal weiter das sind ja die bösen Buben suchen ja und ich nehme das Gold mit was hier liegt ja ihr könnt übrigens Heilung gebrauchen ne hier ist genug Heilung im Bunker ach was wird völlig überbewertet no risk no fun ja so ist ja nicht mein Problem wenn ihr drauf gehen wollt ich bin voll ich hab alles ja aber 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 der ist nicht bei mir der fährt selber wer hat mich wer hat mich gehirrt ich glaube Cottbus war das Spieler ist der Gruppe beigetreten Rom, Musa 30 FPS was keine Ahnung wie kann der das machen gehört nicht zu uns okay also wenn das geht Toffel dann spring doch auch mit rein keine Ahnung wie das funktioniert aber zu fünft geht's nicht jedenfalls hat die Gruppe verlassen gut sehr gut ein Problem weniger ja oh oh das war knapp sind wir fast untergegangen weil wir zu fünft sind und das Spiel geht nur zu viel ah ok was ist das denn eine riesige Schatztruhe was passiert denn da hinten wird zwar geschossen aber scheiß durch die werden wir noch treffen im wahrsten Sinne des Wortes verweist bei mir hey fahrt ihr cool ich werde natürlich wieder zurückgelassen komm zeiselein bei Fuß ach stimmt wir sind da das ist ein Auto kein Boot ein Autoboot also wenn es deutsche Qualitätsfahre ist dann kann es auch ein Boot Wasser schwimmen tsch deutsches Auto muss das abkönnen genau nicht ohne Grund ist der Tijang ein guter Panzer ja was macht Cottbus denn da so ich habe gehört wir gehen diesmal auf die Insel ehrlich aber als ja dieses Mal sind wir sowieso als Erster hier also ruft er solange wir noch solange wir noch den Vorteil hier oben haben danke Michel solange wir noch im Leben sind wofür ja ich wollte gerade hoch und du schnappst mir das Ding weg haha ja ich packe schon mal Kuchen hier kann man das nur einmal verwenden nö ne ne blö adieu blö ja komm welche oh hier hier sind Gegner auf der Insel bereitet euch auf den Krieg vor da unten ist meine Kopie da unten ist der normale Muskelkater oh was liegt denn hier alles oh oh jeder meiner Schätze na gut lassen wir mal da Muskelkater ausgeschaltet oh hier hat's äh nach einer Snipe habe ich gesehen wo äh violette im Haus drinnen halt mal oh Haus Music da drüben geil ne eigentlich also das Gute ist wir können noch mal kurz chillen hier auf der Insel wie kommen wir denn da eigentlich wieder runter wenn es soweit ist ohne uns zu verletzen hier macht macht den ja das hier komm mal raus wo bist du denn ach da ich komme hier mit einfach ruf springen wenn es soweit ist ach so dieses Teil von vorhin Jumppad sehr gut und jetzt kommen wir auch rüber ab in die Zone einmal Trampolin springen so ich habe Sniper ok ja ich kann auch fliegen ja und du hast eine größere Hitbox als ich also ich ja ja und die geben dir eine größere Hitbox ah das ist der Nachteil dran das können wir eigentlich nicht gebrauchen oh da hinten da hinten tut sich was ja hier rennt auch einer rum hier rennt zwei rum also hier ich brauche hier Unterstützung komm mal hab ihn ich brauche hier oder zumindest braucht Schild da unten ist ein Bot zum anheuern ok guck mal was die beiden da hinten machen ah ne der wurde ja schon angeheuert aber er hat mir Schild gegeben ey hier rennt noch einer rum hier sind zwei ja kümmer dich lieber die innerhalb der Stadt sind als die außerhalb so keine gesehen tatsächlich ja hier rennt aber einer rum der da das Auto ist schwer beschädigt das Auto brennt eh 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 jetzt tot oder noch drin ab den ein so da kommt der andere Achtung jawohl sehr gut ok dafür dass die mythische Waffen hatten waren sie aber nicht sehr stark tschö oh die hatten ah ne ist dieses Sniper mit sieben Schuss will ich nicht und wir sollten mal Richtung Zone stimmt jetzt wo du es sagst riech ich es auch ich kann höher springen oh da hinten steht Wohnmobile ja ich habe auch eins hi hi machen die Crystal Maps oder was gar keiner oh fuck alle jetzt wird es richtig eng hier ne das dritte mit der Junge hat sich scheinbar keiner geholt wird auch nicht auf der Karte angezeigt also so hat es keiner boah alter das gleich wird es eng hier ich habe noch eine Stunde mit Meta so oh verdammt ich bin drin also außerhalb er bringt hier bloß nichts weil deine Hitbox großer ist äh ich will in die Zone verdammt verdammt scheibenkleister oh es kommt hier so ne also mystische äh äh waffen sind besser ja kommt drauf an welche nicht jeder ist gleich gut boah bin drin und wir müssen wieder Richtung Zone aber vorher äh bisschen aufruhen hier hier erstmal eine Stulle mit für dich wir gehen schon mal vor und dann rennen ich habe tatsächlich noch recht viel fällt mir gerade auf oh nein oh habe ich darunter fallen und bin ich schon wieder tot warte ich gehe außen rum jawohl ist die Frage hm hm gesniped down gesniped down gesniped down ich habe ihn gedauert und gekillt hm läuft und drei davon sind wir hm hm ja und ein Sieg bringt nichts also hm ja den Siegesgleiter hast du schon also bringt dir der Sieg genau genommen nichts was ist das hier Geisterschluss die Unterwelt willkommen im Schlund von Hades oh da gibt's auch den Boss letzte Kreuzung vor Helheim down gekillt gekillt eigentlich bin ich hier ziemlich falsch epischer Sieg jawollo darauf erstmal ein frecher Tanz ein frecher Tanz ne ja ein fecher Tanz ja erstmal muss ich ein paar Stellen ausgeben dann können wir weitermachen hey ich habe den neuen Stil neun Besen Stil Hans Pöttermann und der Gefangene von Stalingrad Stahl 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 Oh Gott aber ich weiß nicht mehr wie das mit Leningrad war das ist von Otto ist das Otto Walges sehr geil mhm also ich kann nur einen Zungenbrecher Zungenbrecher aber der geht auf Schweizerdeutsch auf Schweizerdeutsch auf Schweizerdeutsch Jedes Schweizerdeutsch Wort ist ein Zungenbrecher mhm also das ist ne Lüge mhm die einzige Ausnahme besteht daraus die sie sprechen können mhm mhm genau es gibt auch Deutsche die kennen Schweizerdeutsch ja sicher sicher ja warte da gefunden suche verendet Ban- Banan- 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 ok den Skinnen gab es zu Season 8 und den gibt es nicht mehr was für eine Season sind sind wir jetzt aktuell ich weiß gar nicht so ich spiel jetzt für Stäbchen ja und Agent Charlie ist aber nichts besonderes oh ich geh nochmal mit meinen Spinn tippen was haben wir denn da ich spiel jetzt für Stäbchen da kommt James Homs who fucking cares machst du einen auf Captain Iglo tanzen ja Captain Fischstäbchen dazu das nervigste Backbling im Spiel da tanzen kann ich warte tanzen kann ja ich bin Captain Fisch Pinguin ich bin Nussknacker da läuft mach doch ich bin Ruski he 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 mach Kalinka tanz oder wie ja Kalinka was sind denn Gruppenkeile äh Gruppenkeile würde ich sehr schnell ausmachen das Ding macht keinen Spaß schon lange nicht mehr was ist das? es ist eine Gruppenkeile so wie der Name ich habe eine Badewanne ja was soll das denn sein? eine Gruppenkeile zwei Teams gegeneinander ach so eine Keilerei ja ich kenne mich in dieser Internetsprache nicht so aus ja ich weiß nicht ich weiß nicht ob sich das durchsetzen wird dieses Internet ich habe Rasputin Rasputin Lover of the Russian Queen ist einer meiner Lieblings die Mords also dem bezweifle ich zu denen also ich hatte dem Solo schon die äh zwei epische Siege ja jetzt jetzt muss ich mal Rückkehr des T-Shirts wie Bugs und äh beim Spind ja dann ist schlecht und ohne Battle Pass kriegt man keine Tänze her und da ohne V-Bugs auszugeben kriegt man erst recht kaum welche her wenn sie nicht gerade gerade sind irgendwo wann V-Bugs ich bin Batman ich bin Batman ich bin Batman ich bin Uwe 35 ich bin Batman ja ich bin Uwe und bin auch dabei das ist der Weg komme ich jetzt ins Fernsehen gibt's noch alles Utemshop Lady Gaga alter Würde ich lassen, bevor du auf tragische Weise verschwindest. Und das wollen wir ja nicht. Nee, diese Verantwortung wollen wir nicht tragen. Darauf erst mal T-Time. Battlepass. Fortnite Battlepass. Ich bin irre. Irre? Ich bin nicht nur irre, ich bin auch irre. Racko-Time. Du bist nicht nur irre, du bist auch irre. Nee, der war nicht schlecht. Irgendwie passt der Emote. Heute gibt es Fischstäbchen. Bist du Fischstäbchen tot? Nee, den Emote, der passt doch dazu. Spielen wir jetzt echt Gruppenkeile? Nee. Was? Weil Gruppenkeile noch eingestellt ist. Was, Gruppenkeile? Ja, Gruppenkeile ist noch eingestellt. Null Bound steht da. Ranked aus. Das ist sehr mysteriös. Mysteriös. Darauf. Ich bin Thanos. Ich kann schlüpfen. So. Hat jemand Blumen bestellt? Hm-hm-hm. So, Cottbus. Wenn du bereit bist, kann losgehen. Oder... Ich schätze mal Spielerwechsel. Um die Uhrzeit. Ich bin ein Ballerina. Hier kannst du auch das. Oh, Matrix. Ja. Enter the Matrix. Ich hab mir aber nur die Memotes geholt, weil... Skins. Ich glaub Skins gab's bisher auch nicht. Hm-hm. Darauf erstmal Macarena. Äh, Macarena. Hm-hm. Macaroni. Fischstäbchen. Fischstäbchen Macarena. Das ist... Das ist... Fisch Macarena. Ich hab... Du meinst Fischerina? Ja. Ich hab ne... Ich hab ne Glocke. Oh, Verbindung getrennt hat Cottbus. Oh. Okay. Er hat sich wie mal runtergeladen. Jetzt ist er verschwunden. Toffel, noch da? Vor acht Minuten. Komm rein, Junge. Toffel, schnell. Ersetz. Komm zu Hilfe. Wir brauchen dich. Blockieren. Was mach ich denn da? Ups. Was, Ups? Blockieren. Nee, nee. Hoffentlich nicht mich. Nee, nee, nee. Ich hab auch nen Dummy. N-n Dummi? Ja, hier. Oh, geil. Das wär mein Sound. Der würde zu mir passen. Mischel. Hier. Hier. Woher kennst du Cottbus-Vater? Das ist mein Arbeitskollege. Ach so. Wohnt ihr in der Nähe? Ja. Ja, so einigermaßen in der Nähe. 30 Kilometer. Ja, das ist ja ums Hack. Sie wurden gejinxt. Ja, unser Vater sitzt mir gegenüber im Büro. Okay. Äh, kommt Toffel nach oder nicht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Er scheint nicht mehr da zu sein. Wir brauchen ein Alarm. Alarm. Die Toffel ist nicht mehr da. Nee, ne? Dann, wenn man Toffel braucht, ist er nicht auffindbar. Ja, und dann, wenn man ihn nicht braucht, ist er da. Das geht nicht. Anzeige ist raus. Das gibt nen 10-Minuten-Time-Rot. Boah, apropos Anzeige ist raus. Habt ihr schon die Videos gesehen von dem Anzeigen-Hauptmeister? Alter, der ist ja geil, ne? Ach du Scheiße. Nein, 10-Minuten-Time-Out. Du meinst wohl ja eine Woche-Time-Out. Also, wenn du so gemein sein willst, dann gerne. Ja, wenn, dann machen wir es richtig. So ist es. Auch wieder wahr. Warte. Darauf erst mal. Da ist die Lache wieder. Ach, wie das war. Hier die Siegesmelodie. Ach, der wird halt der Scheiß-Siegesmelodie. Metal, Lolle. Jawohl. Willkommen zur Drachenschanze. Meine Musik. Also, Death Car klingt schon besser. Black Metal war geil, aber das gibt's noch nicht. Darauf erst mal einen Anhalter. Erst mal den Enden-Tanz. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Was? Der richtige Hühner-Sinn. Und ich hab die Versch... ...ne sehr... ...große Schwitzerspitzhacke. Ah, was gibt's denn hier alles? Piepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepie. Ich bin Henre und bin auch dabei. Ich bin Luwe und bin nicht dabei. Walu, kann ich mit dem IMO da rumfahren. Oh, da war Ben da eben. Von Futurama. Geil. Ja, aber die ist die Kosten. Ja. Die Kosten. Aber ich hoffe, du meinst das nicht wortwörtlich. Bänder? Nee, zum kurzen. Also, das, was ich kaufe, ist wirklich. Oh, wieder in Schnee. Ich hab sogar Rick als Skin. Von Morty? Rick und Morty? Oh, cool. Ja, Morty kann man kaufen. Rick gibt es nicht mehr als Skin. Weil er im Battle Pass war. Ah. Aber es gab Pickle Rick umsonst. Was für ein Ding? Pickle Rick. Pickle Rick. Also, Guckling Rick. Ah, ja. Hab ich grad letzte Woche gesehen, die Folge. So geil. So geil. War die brutal. Und ich habe, ich habe der wirkliche Schwitzer-Kombo. Eine Schwitzer-Kombo? Ja, ich habe den Todesmelodie-Gleiter und das Todesmelodie-Backblick. Weil jedes Mal, wenn ich einen kille, macht das Backlink die Musik. Ah, okay. Oh, Zoius, hinter dir ist jemand. Ah, ich habe eine Schrotflinte. Eine Schrotflinte. Vor allem der Gegner hieß Morty. Nee. Okay. Na ja, solange ich nicht Rilke und Morty heißt. Ah, sagen die mal's nicht. Hier sind noch ein paar Gegner. Ach, das schaffst du schon, Zoius. Das schaffst du schon. Wo bist du überhaupt? Am, an den Popperzen der Welt. Ja. Was machst du da? Popperzen. Das Bild mit dem Frosch. Hier oben. Bei mir. Wo finden wir denn mal eine vernünftige Waffe? Ich brauche Hilfe. Ja, nicht eine Waffe. Schnell. Er heilt hoch. Hilfe. Ich weiß nicht, wie lange ich noch wegrennen kann. Blöder Chief. Geht auf den Balkon. Ich hätte es die Tür mal zumachen sollen. Ja. Geh mich dir recht. Hilfe. Ja, ich muss jetzt mal eine Knarre holen. Ja, lass dir jetzt halt. Ist schon vorbei. Du musst es ja auch zum Arsch der Welt fliegen. Sag dir mit einem Sturmgewäh. Nee. Also ich glaube es hackt. Du kannst mir ja auch mal am Schissachreli gucken. Ja, ist auch lustig, dass du mit... Vielleicht ist es auch in die Reihen rennen können, wenn du schon die Pömpel hast. Oh. Du hast dich aus Versehen fallen lassen. Einmal mit Profis. Einmal. Aber echt. Immer auf die arme neutrale Schweiz los, was? Warum? Die Schweiz wurde noch nicht angedrochen, also. Und die Schweiz ist sowieso stärker im Militär als wir, also. Was soll's. Ich glaube ich bin mal Groot. Ich bin Groot. Aber ein Regenbogen. Okay. Rainbow to the Stars. Kann sein, dass Maeve's Game schon wieder gecrasht ist? Nein. Das Spiel nicht, nur er. Ja, das glaube ich gerne. Ich bin ja da. Noch. Noch bist du da. Dann gehe ich halt zur Lobby und nachher komme ich wieder. Also klicke ich bereit. Ja, ich glaube ich gehe jetzt auch mal in die Lobby zurück, oder? Sonst müssen wir hier das ganze Spiel gucken, oder sehe ich das falsch? Keine Ahnung, aber. Ist pek all. Gehen wir in die Lobby. Dann können wir nochmal neu machen. Tja, breit. Was, du bist breit. Sowas von. Bist du noch etwas zu früh? Nee. Ist genau passend. Du meinst, was nicht passt, wird passend gemacht. Ich bin beweglich. Ich bin Chefs Kapitän. Kapitän. So, noch zwei Tage krank geschrieben. Da musst du wieder. Ja. Also, was arbeitest du, Zeiss? Gerade Praktikum beim Baumarkt. Beim Baumarkt. So. So, ich gehe jetzt die Welt erobern mit meinem Schiff. Muss nur noch kurz die Welt retten. Darf ich vorstellen, die Sneaky Death. Das ist aus wie ein Wikinger. Was? Ich habe das Schiff aus Cof Seas mitgeschleppt. Das ist die Sneaky Death. Der Zeiss sieht aus, als würde er auf einem Wikinger-Schiff surfen. Ja, sah cool aus. Ist es auch. Da. Also, wenn da einer landet, habe ich auch keine Ahnung. Da, wo du hingedingset hast? Ja, da, wo ich hingepinkelt habe. Wo dein Name im Schnee steht. In gelber Schrift. Genau. Ist so Zitroneneis. Richtig. Auf alle meinen Gleiter heißt der Knüller. Absoluter Knüller. Ja, du fliegst schon wieder so tief, Rüdiger. Kein Wunder, dass du ein Profi bist. Im Verlieren. Indien, sonst muss man ja gut sein. Aber sicher, dat gait. Waddis? Dat gait. Sag das mal ein Gleiter, das ist eine fette Bombe. Ist die kleine Atombombe, little boy. Ach, ich dachte schon, Fat boy. Nee, allerhöchstens Fat man. Hey, lass mich da aus dem Spiel. Nee, so hieß die andere Atombombe, glaube ich. Little boy und Fat man war es. Oder irgendwie so. Ich habe eine Waffe gefunden. Ich habe eine Rage-Rotze. Eine Rage-Rotze? Also einer meiner Mods hat mal gesagt, ich wäre der Schweizer Kinski. Nö, so sehr regst du dich nicht auf. Was? So sehr regst du dich nicht auf. Aha, ich habe verstanden. So erregt bin ich nicht, habe ich verstanden. Also während ihr hier rumquatscht, eliminiere ich schon Gegner. Ja, das ist gut. Du machst eine Partie ohne mich? Schäme dir das wegen schon. Räum mal auf, dass wir auch kommen können. Will ich aber nicht. Ich will nicht die Putze sein. Ach, warte. Deswegen blitze ich hier auch rum. Warten wir dann hier. Ich glaube, die. Blitz, blitz. Sie wurden geblitzt, offiziell. Mhm. Ich darf da... Wegen schlechtem Schießen, oder wie? Ich darf blitzen. Zu schnelles Schießen. Ich habe die Erlaubnis zu blitzen, weil mein Name... Zeuss ist es. Stimmt. Und deswegen drückt mir das Spiel auch da auch auf Krabblitz in die Hand. Mhm. Ist das schon der dritte oder vierte Blitz? Okay. Das klingt ja schon nach einem Blitzkrieg. Also, er hat... Dafür fehlt mir die siebte Panzerdivision. Also, der Zeus hat die Lizenz zum Blitzen. Ja, genau. Ja, nicht nur die. Ich habe auch eine Lizenz zum Panzerfahrten. Kinder, kommt ihr? Nach fünf Minuten. Ja, wir können fahren. Ich bin schon drin. Wiesel, Beifuß. Bin auf dem Weg. Bleib stehen. Wiesel, Beifuß. so ich habe gehört ich darf blitzen blitz blitz wurden offiziell geblitzt also meistern ist ja man gar nicht also das ist wirklich eine gotteslästerung er hat auch blitze das gab das darf man nicht was du hast davon nicht nur ich hab die lizenz und blitzen nee du dafür wäre ich zum schweizerdeutsch eliminiere angry duck okay oh hier du fährst nicht mit der g-klasse da alleine du schneiber jetzt war ja chantal message to you rudy ich habe ein leichtes aggressionsproblem mein bedauern hast du nicht ich heiße nicht chantal ich heiße uwe ist mir doch egal chantal aber heult selber leise tschüssi ich hätte aktiviert ja dann gehen wir auch mal dahin warte was geht denn los blitz blitz er hat meine krankenkassenkarte gestohlen warum schießt er nicht komisch ich habe meine krankenkassenkarte wieder du wirst übrigens beschossen gar nicht sein irgendjemand ja da hinten sind weg vielleicht sollte man die mal erledigen ja wäre gut ich gehe mal grüßig sagen grüßig es heißt nicht grüßig 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 mich am ohr grüßig nicht grüßig grüßig ist mir egal ich bin ich bin nicht österreichische noch nicht du bist da unten ein bisschen eingekesselt kann das sein aber ein ich hasse dieses wie sie da bin ich stolz auf mich ist der bunker schon offen der bunker ist schon geöffnet worden hat jemand die karte oder was man da braucht oder münze nö der ist schon offen ich will nicht sniper ich muss hier raus nee ich will nicht sniper ich muss nicht raus ich will kein gras berühren war von der spielermöcke kein gras ist offiziell bestätigt nicht so lange es nicht legal ist ne also drücken nämlich schon mal gar nicht wie sagt meine oma immer wieder laufen statt rauchen und nicht nur bei drüben ja ich war meine wunde mit der deutschen bahn ne äh falsche richtung die bahn kommt ich will auch da rein wie denn nein ist mein zug und doch ist mein zug auch eine schriftlinke fahrgarten bitte sie kriegen mich niemals lebendig das auto aus meinem arsch die kiste ja ich glaube wir müssen jetzt alle schacht liegen wir müssen alle steuern von ihr reißer rein ihr solltet da vielleicht runter vom zu meinst du ja weil der fährt euch mit neuer verderben wie ich nur mal gesagt haben müsst ja nicht aussteigen da gehöre ich hin ins verderben du kannst doch fliegen da kommen wir noch niemals hin ach die flügel sind eh gleich weg das war eine ganz tolle stelle um auszusteigen also ich habe einen monday morning die heute ist donnerstag boah geil ach ich dachte heute wäre sonntag nee denn wäre heute dienstag also ein hit habe ich noch gemacht ja da hinten sind aber noch welche habt ihr ihn einer aus der luft geholt hab ihn aber sein mate ist da noch ein hit die sau ach ich bin da und immer muss wieder der papa tot getötet gestorben worden katastrophales team muss ich sagen ja ne was mit solchen sollst du arbeiten tja im krieg gewinnen es ist halt nicht mehr wie früher ich muss mir jetzt mal heilen hier bevor ich hier ja dass die rechtzeit die hatten ja schön blut für mich also goldene knochen und und für dieses einmal geht es auch Das Gute ist, ihr müsst nur schnell rüberrennen, um euer Loot zu holen. Ja. Und das sehr schnell. Das wird nämlich sehr knapp. Aber ihr startet zum Glück halbwegs in der Luftfolie hin. Oh, da. Hup. Alter, ich habe einen optischen Bug. Bug-Djuice. Ja, ich habe einen optischen Bug. Was siehst du? Ich sehe 75% mehr. Mehr? Ja, ich habe halt diese breite Animation noch von den Flügeln. Ach so. Aber es war nicht unabsichtlich. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Bug gibt. Ich kann keine Sleutung mehr benutzen. Ist das scheiße. Oh, der Bug ist gefixt. Geil. Also. Okay. So, vor allem habe ich zwei Medaillen, geil. Wollt ihr dann noch zu den Floating Island? Nee, will ich lassen. War nur eine Frage, ob die wartet. Bei mir ist der Gegner. Ja, komm. Okay, wir eilen. Brauch Hilfe. Ja, ja, unterwegs. Und das war es mit euch. Wenn ich raus bin, seid ihr auch automatisch raus, das ist das Blöde. Also, wenn ihr die holt, geht einfach rein. Zu verliehen habt ihr nichts. Ja, direkt voraus. Jo. Ja gut, wenn die da so epische und weiß der Geier was für Waffen haben. Wer kauft hier eigentlich diesen hässlichen Skin? Das ist rein TV-Bugsverschwendung. Also, das ist echt eklig. Von Bugs Bunny oder so, ne? Nee, war einfach nur eine Ente. Ja, ja, mit Helm und so. Ich glaube, das war mal in so einer Bugs Bunny Folge. Ist genauso Geldverschwendung wie der Eminem Skin. Eminem Skin? Ja, der ist sogar gerade im Shop. Ja, okay. Ja, aber dann mache ich jetzt Feierabend. Ne, spät genug. Jo. Ja, vielleicht ist das ein ungeplanter Fortnite-Streamer. Ja, ne? War mal auch wieder zwei Stunden drin. Ja. Ja, aber cool. Very nice. Dann haut rein. Ja, ihr auch. Schlaf gut. Und bis demnächst in diesem Programm. Angenehmes Frohbeißen, was? Ja, genau. Ich spiele jetzt noch eine Wunderette, die Welt. Wieso gehst du noch in Dings rein? Ich will mir die täglichen V-Bugs abhaben, also wirklich. V-Bug? V-Bugs. Da kriege ich auch. Na ja, ich muss jetzt in die Haie. Ja, genau. Weil ich muss ja mal irgendwie da arbeiten. Ja. Wolltest du dich eigentlich krankschreiben lassen? Wieso? Das macht man nicht. Sicher. Meinst du wegen meinem schweren Augen-Tinnitus? Ja. Du siehst nur Pfeifen? Ja. Und zwar Hardcore. Ich hoffe halt nicht, dass der schon chronisch ist. Nee. Ich bin kronischer Alkoholiker. Wurde vererbt. Ja gut. Wenn's in die Gene steckt, dann machst du nix. Ja. Ist halt so. Außerdem Alkohol. Ich fahr das mal, die Gruppe. Ja. Macht's gut, Leute. Gute Nacht. Ja, geh mit, Gott, aber geh. Jawoll. Adios. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Vielen Dank.